Herzlich Willkommen zu einer neuen DeliDAX US Morning Ausgabe am heutigen Freitag, dem 30. Dezember 2022. Das ist gleichzeitig die letzte US-Ausgabe, selbstverständlich nur für das Börsenjahr 2020, also nochmals getrost durchatmen. Natürlich blicken wir aber an dieser Stelle auf den gestrigen Handelsverlauf bzw. schauen uns auch zum Ende des Jahres an, wie sich denn die US-Indizes derzeit präsentieren. Gestern war es eine positive Stimmung, der Dow Jones Index klettert um 1,05% nach oben, liegt allerdings damit in der laufenden Handelswoche mehr oder weniger auf dem Stand der Vorwoche. Der Dow Jones Index notiert nämlich gerade einmal 16 Punkte im Plus und damit geht ein relativ unspektakuläres Prozedere vor dem Jahreswechsel zu Ende. Wir sehen, dass der Dow Jones Index ein wenig an dem ersten Kurs Widerstand zu knabbern hat. Die Marke von ca. 33.400, 33.500 Punkten muss man aus dem Weg räumen, um weitere Dynamik zu entfachen. Beim Technologie-Index Nasdaq sieht es wie folgt aus. Nachdem der Index gestern um 2,54% hat zulegen können, sehen wir, dass der Index seinen Wochen-Minus hat deutlich reduzieren können auf nur noch 0,31%. Aber auch damit sehen wir, dass sich in der letzten Börsenwoche in 2022 wenig ereignet hat. Ein Auf und Ab, mehr war es dann doch nicht. Interessant ist aber dennoch die Tatsache, dass die wichtige Kursunterstützung bei rund 10.600 Punkten verteidigt werden konnte. Wie schon einmal thematisiert oder wie zuletzt thematisiert, betonte ich ja bereits, hält 10.600 sind Kursanstiege in Richtung 11.200 oder auch 11.400 Punkte möglich. Zu guter Letztes noch der Blick auf die Aktie des Tages und es ist eher schon ein Blick auf das Börsenjahr 2023. Denn es wird sich zeigen, ob Meta-Plattforms zur Trendwende handelt. Die Aktie hat sich schon bereits von ihrem Jahrestief deutlich gelöst. Nämlich von 88 auf 120 US-Dollar ist die Aktie schon wieder hochgeklettert. Und mit dem möglichen Ausbruch könnte hier wirklich ein größeres Kaufsignal erzeugt werden, was in dem Börsenjahr 2023 vielleicht dazu führen könnte, dass es mit Meta-Plattforms wieder in Richtung von bis zu 170 US-Dollar nach oben geht. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Landstag und bis heute Abend zur letzten Ausgabe in diesem Jahr.